Halte deine Nase hier rein! Oh, Mutter! Das stinkt ja grässlich! Nicht riechen! Tunken! Ah, das brennt! Gut, dann wirkt es! Aber das brennt ganz fürchterlich, Mutter! Ich kann dir vor's Schienbein treten. Dann merkst du da nichts mehr. Das machst du sowieso nicht! Ah! Ah, das tut weh! Und die brennende Nase? Merk ich nicht mehr. Also, was beschwerst du denn?